so ein kurzer short ein kleines video ich habe mein cockpit fertig das ist die blende und die lautsprecher sind da unten drin meine uhr dieses ist mein radio und der usb stecker rückfahrkamera leider kann ich euch die musik da nicht spielen wegen youtube so und wenn ich dann auch mal parken muss habe ich hier meine automatische parkuhr ist vom gesetz her erlaubt und man hat keine schwierigkeit das einzige man muss auf die batterie achten so und das war es so sieht es jetzt aus bis das nächste mal